Die Landmetzgerei Feigl im bayerischen Lauterhofen ist ein echtes Highlight. Qualität, Regionalität und Ehrlichkeit stehen hier im Vordergrund. Die prall gefüllte Theke des Traditionsbetriebes ist mit Schmankerln der feinsten Art gespickt. Besonders die geräucherten Oberpfälzer Bratwürste haben das Ehepaar Feigl und sein motiviertes Team in die Oberliga des Landkreises Neumarkt katapultiert. Ein weiteres Ass im Ärmel des begeisterten Metzgermeisters sind die reichhaltigen Schinkenplatten sowie die köstlichen Feinkostsalate. An der heißen Theke werden Delikatessen aus eigener Produktion angeboten. Ein Service, den sich viele Gäste gerne schmecken lassen. Metzger Feigls Erfolgsgeheimnis ist einfach, aber heute doch nicht überall selbstverständlich. Der EU-zertifizierte Betrieb setzt auf eine möglichst kurze Kette vom Bauern zum Verkauf. Regionale Tiere aus guter Haltung werden hier bevorzugt. Landmetzgerei Feigl – der Preis-Leistungstipp.